Guten Tag, ein Engelsspazierium auf dem Himmel, blauer Himmel, groß weiße Wolken, schön, wunderschön, ja, unser Land ist so schön, guck mal da, so klare Wasser, da springt der Delphin, ja, die Freude, und grüne Wiese, Hirschherde, Fressgras, ist das nicht Frieden? Ja, tatsächlich, wirklich Friedenhaus, ja, schön, und Vogel singen und fliegen, das ist wunderschön, Engelsspazieren, über Beißborken, aber, was ist das denn, die Ecke? Oh, das ist Karnikel, die haben so viele Kärle angesammelt, die machen Demonstration, boah, boah, helfen sie uns, helfen sie uns, was ist los denn? Drei Engel geht unter, ihr ihr seid, was ist los? So glückliches Land, warum so unzufrieden? Vielen mal, wir haben keine Schafzähne, wir haben keine Schafnägel, Wolf fresst uns, wir fresst nur Kras, aber Wolf fresst uns, dadurch wird ganz kleine Herde übrig gefliegen, dann nachher wisst keine mehr Karnikel, helfen sie uns. Ja, Engel drei, mit allein das spricht, Engelsprache, Engel drei sagt, ja, ein Engel sagt, gute Idee. So, alle Karnikel, ich sage das, und ich gerne euch helfen, kein Problem, ihr seid immer Liebe, Frieden, liebe Wesen, keine Karnikelfragen, ja, ja, wir gerne fressen Kras, okay, wenn so liebe Tier, ich kann gerne helfen, erstens machen sie alle, einen Meter tief, eine Löcher unter der Erde, das ist dein eigenes Haus, ja, 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 alle Löcher, das ist alles Haus gebaut, da kann man gut schlafen, ja, ja, alle liegt, jetzt, du, beide stehen so, dann machen gegenseitig Ohr fest, hier, dann ziehen, ich mache dreimal Donnerbeer, so lange ziehen, wenn du losgelassen, dann werde Wolf dich fressen, dann muss festhalten, dreimal, ich gebe Donnerbeer, Donner, Donner, ja, vorbereiten, fest ziehen, ba 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 ba, oh, so kleine Ohr, wird so größer, noch mal, ba 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 ba, oh, tut das weh, aber nicht loslassen, da geht noch länger, noch mal bretze und stark Donner, ba 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 ba, oh, Engel sagt, euch glücklich geschafft, alle Karnikel liegen auf dem Boden kaputt, ja, was habe ich geschafft, oh, tut das weh, aber andere Karnikel, unsere Engel lüge nicht, Engel wollte gerne uns helfen, ja, trotzdem schmelzen hier, boah, alle haben so groß, hoher, oh, oh, die haben alle gelackt, warte wieder, deine Ohr auch, du auch, jetzt langsam schmelzen, geschwunden, ja, jetzt schon fressen, schönes Gras fressen, dann sagt er, Mama, ich kann besser werden, meine Freundin so weit spricht, ich höre alles, nebenbei Mama, oh, ich auch, komisch, ich kann besser werden, ja, ja, wo interessant, ne, jetzt schon alles voll, voll sattige, grüne, glas gefressen, aber da kommt eine Karnikel, ja, kommt Wolf, verstecken, denn alle sind, unter der Hölle, alles rein, alles versteckt, oh, jetzt kann ich hören, Wolf ist schon ganz nah gekommen, führe ich, dass Wolf schreit und Wolf die Atme, oh, Wolf ist ganz nah gekommen, Wolf sagte miteinander, keine Karnikel mehr, komische, ah, das kann sein, die haben lange Ohr, das kann auch fliegen, dadurch fliegen an den Baum, gucken wir über den Baum, Baum, überall geguckt, aber keine Karnikel, die Karnikel erlockt, die gelackt, relackt, ja, aber Polpo hin und her, hin und her, überall gesucht, oh, keine Karnikel, duft da, aber keine Karnikel, komisch, ah, keine Karte, Mittag geschlafen, schön lecker gegessen, Mittag schlafen, oh, gut geschlafen, fühle ich, keine mehr da, ganz Ruhe, fühle ich, keine Polpo atmen, weil so feine Ohren, eine kommt raus, eine kommt raus, alle rausgekommen, dann, siehst du, jetzt, wir fähren viel besser als Wolf, weil lange Ohr hat, darum Gefahr merken wir sofort, toll, 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 ich danke unseren lieben Engel, du hast uns geholfen, Engel sagt, ihr seid immer liebefreund, dann kannst du glücklich fliegen. Unsere Welt, gibt es Polpo ähnlich Menschen, die, der kann lügen, der kann auch Gewalt, der mag dir ärgern, gibt es solche Menschen tief, nicht alle Karnikel, aber wir leben wie Karnikel, wir machen nicht Erwogen, wir machen nicht Streit, wir mögen Gras fressen. Liebe Freude, meine Herren, Zehner ist Zehen, Auge, Auge, Erwogen gegen Erwogen, nein, wir wollen Liebe Freude. Dann, unser inneres Ohr entwickelt sich das lange, lange wie Karnikel. So lange Ohr, dadurch unsere Umgebung, wir können besser anpassen und schnell Informationen merken. Gegen Merke, nicht die Gefahr, aber wir merken das Gefahr. Dadurch, solche Menschen zusammenleben. Der hatte sehr schönes Angebot, aber meine innerliche Ohr sagt, nein, nein, das ist unehrlicher. Oho, ich mag nicht gerne, danke, danke, ich nein, aber danke schön, dann unsere Gefahr vor Wahrheit. Und Sie können glücklich leben, nur eine Bedingung. Liebe behalten, Liebe leben. Dann innerlich war mehr, mehr Großwelt. Damit können Sie Ihre Familie, Ihre Geschäft, alles schützen. Schützen ist einfach als Streit. Danke euch.